Oh, ich bin schon. Achso, ich darf schon. Ich dachte, jetzt kommt wieder das Drücke zu bewegen. Oh, guck mal, Alter, das ist ja geil. Die Sicht ist halt wirklich immer nur von oben, ne? Oh, Leute, ich glaube, das gefällt uns. Ich glaube, das gefällt uns. Klicke auf ein interaktives Objekt, um es zu verwenden. Gemälde. Oh, das ist ja geil. Ist das Horror? Nein, das ist kein Horror. Gemälde. Achso, ich kann mir das einfach nur angucken. Ich dachte, der sagt jetzt was dazu. Was ist das hier? CD-Regal oder was? Nee, auch ein Gemälde. Ein Gemälde von einem... Ist halt wirklich so. Shining-Teppich, ne? Ist so, habe ich gerade auch gedacht. Wir hören, also wir haben, wir haben... Können wir klopfen? Tür geschlossen, Tür geschlossen, Tür geschlossen, Tür vor der Tür geschlossen. Ich denke mal, dass wir klopfen können, oder? Oh, oh. Oh, Baby. Oh, nein. Sorry, neighbors. Was hat Baby wach gemacht? Was bist denn du für ein Monster? Was soll das? Das ist, glaube ich, nicht so geil. Äh, was ist hier mit? Kommen wir gerade von der Arbeit, oder was? Ich wundere, ob jemand dieser Unit ever gonna renten. Okay, da... Da wohnt also keiner drin? Dann müsste das ja unsere Tür sein, denke ich mal. Oder wir wohnen in diesem Pflanzen-Topf. Da ist da der Schlüssel drin versteckt. Nee. Wir gehen deinen Zeiger nach oben, um dein Inventar zu öffnen. Klicke auf ein Inventar-Gegenstand, um ihn zu verwenden. There we go. Wer macht denn sowas? Das ist doch... Vor allem in so einem Mehrfamilienhaus. Das ist doch komplett bekloppt. Klicke außerhalb des ausgewählten Gegenstands, um zurückzukehren. Natürlich. Wir haben Schlüssel bekommen. Locked. Ja. Ich kann nicht glauben, ich habe meine Schlüssel wieder vergessen. Ja, aber ich habe doch meine Schlüssel noch. Das heißt, wir müssen den nehmen, oder? Das heißt, wir müssen den nehmen, oder? Was? Oh, diese sind für die Vordertür. Ja. Zack. Es ist locket. Ich bin... Ich bin verwirrt. Haus-Schlüssel. Ah! Ja, okay. Man sollte lesen, Tim. Du kannst die Steuer-Menü ändern. Passt mir so. Was passiert jetzt? Hey, babe. Ich bin nach Hause. Liebe dich. Hallo. Ich bin nach Hause. Guten Tag. Was gibt es denn Schönes? Oh! Hör doch auf damit! Okay, wir können uns also jetzt hier komplett umschauen, ja? Wir können uns hier alles angucken. Wir können hinlaufen, wir können mit fast allem irgendwie interagieren. Ach du Scheiße, das wird so ein Chaos werden, ne? Das wird mich so überfordern wahrscheinlich. Ich könnte bestimmt das Messer nehmen. Könnte ich auch nehmen. Ich habe das Messer genommen. Ich habe das Messer genommen. Ich nehme den Becher auch. Erstmal alles looten. Vielleicht können wir alles gebrauchen. Ich nehme den Löffel. Und den Löffel nehme ich auch. Kann ich die falsche Kerze auch mit aufnehmen? Ich nehme auch die Kerze. Warum? Wieso können wir das denn alles mit aufnehmen? Was will ich denn damit? Ja, das habe ich gerade herausgefunden. Danke, Schatz. Ist super geworden. Was haben wir denn im Kühlschrank drin? Was ist denn da drin? Wann haben wir denn das Schönes? Ui! Ui! Wollen wir den Tisch decken oder was? Nein, ich wollte mir doch das Foto nur angucken. Sylvester? Haben wir sie da kennengelernt oder was? Ich glaube, da haben wir sie kennengelernt. Okay, Witter ist auch noch am Start. Sehr geil. Okay, ich denke mal, dass wir das jetzt mitnehmen können, oder? Oh, okay, das war Pause. Babam. Babam. Und jetzt so. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, machen wir das so. Und natürlich auch so, oder? Okay, das müssen wir eins nach dem anderen machen. Ich dachte, das könnte man vielleicht wie bei Sims irgendwie so eine Aufgabenreihe oder so. Aber wir müssen den Tisch decken, ne? Läuft die Uhr im Pausenmenü auch weiter? Das ist eine gute Frage. Nee, das tut sie, glaube ich, nicht. Also wir wissen ungefähr, dass in dem Spiel in zwölf Minuten etwas passieren wird. Oder in den, also innerhalb der zwölf Minuten, ne? Tisch ist gedeckt. Ich glaube, die Kerzen müssen auch nochmal hin. Achte mal auf den Sekundenzeiger. Ja, der ist jetzt weitergelaufen. Der ist jetzt nicht mehr da. Das ist richtig. Ich, oder was? Ich soll die Stromrechnung zahlen? Ich dachte, wir essen jetzt Dessert. Komm, Schatz. Lass uns essen. Ich hab Hunger. Ich... Oh, wir können sogar Fragen stellen. Was ist der Grund für einen so besonderen Abend? Wir sagen, dass das ein guter Zeitpunkt für das Dessert ist. Ja, ich bin ready. Komm, Schatz, lass uns das Dessert gönnen. Oh, das gibt jetzt... Es gibt jetzt... Es gibt Dessert. Es gibt jetzt... Es gibt Dessert jetzt. Ah, jetzt können wir jetzt das Dessert essen, bitte. Dessert... Als ob sie sich so schnell umgezogen hat. Das kann doch nicht sein. Wie wir da einfach sitzen wie so ein abwartender Ehemann, der einfach nur essen möchte, weil er einen harten Tag hatte auf der Arbeit. Was machten sie jetzt? Achso, Entschuldigung. Ich hätte vielleicht was einschütten sollen. Das ist... Ich... Warte, ich stelle mir auch einen Becher hin. Hier. Hö, hö. Die hat das selber an? Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Haben wir da... Haben wir da jetzt zwei Becher? Gut. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Das wird gleich... Gleich schmecken. Danke. Danke. Sehr gerne. Ich... Was jetzt? Oh. Ich habe gerade jemanden... Oh, das ist unsere Song. Sie haben es zu spielen. Ich habe gerade jemanden laufen hören, ne? Sehr laut sogar. Oh, Schatz. Was gibt es denn Schönes? Hm? Warum dieses Dessert? Kann ich jetzt... Können wir mit dir reden? Was ist mit später reden? Da fährt gerade jemand mit dem Aufzug. Chad, wollen wir tanzen? Weil das uns... Polizei. Du gehörst doch niemals zur Polizei, Alter. What the fuck? Hey! 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 Sir? Hey, listen. Was ist... Was ist hier los? What's going on? Is this? You shut up. Will you come help me? Now you? Hands behind your back, please. Don't move. Hey! No, come on. Don't... Ah! This is a mistake. Babe, will you tell me? Oh, ne Kabelbinder, was sollen wir denn jetzt machen? Können wir irgendwie da ran? Geht das? Don't have to handcuff me. We can talk this out. You're under arrest for your father's murder at your house. No, ey, wir können das wirklich machen. Shut up. You know what this is. Los. I don't know. Komm schon. Machen weg. Nein, er hat's gesehen. Ah! Das war so eine gute Idee. Jesus Christ. What? What the hell just happened? Okay, ich glaube... Ich glaube, wir sind wieder in dem Moment, wo sie jetzt rauskommt dann, ne? Können wir uns eben... Ich hab irgendwie das blöde Gefühl, dass irgendwie was Gleiches passiert. Guten Tag. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert. Let me know, when you're in the mood. Didn't you already say that? What? Er ist halt komplett von der Rolle. Er weiß gar nicht, was abgeht, ne? No. I... I was just... How is this possible? Wir brauchen auf jeden Fall das Messer. Das Messer kann uns helfen. Also wenn der wirklich... Es scheint ja das Gleiche zu passieren, was jetzt gerade die ganze Zeit passiert ist. Küchen anrichte. Können wir da uns nicht irgendwie... Können wir da nicht irgendwie reinschauen? Radio. Wir könnten natürlich jetzt genau das Gleiche machen, ne? Aber ich denke, egal was wir machen, nach einer gewissen Zeit wird es bei uns wieder klopfen. Ja, das ist richtig. Aber was... Können wir hier durch die Türen gehen? Oh, wir können auch in die verschiedenen Zimmer reingehen sogar. Ja, das weiß ich nicht, ob wir sie warten. Geschenk. Geschenk? Oh, nein! Wir haben das Geschenk einfach geöffnet. Was ist denn mit dir? Das sollten wir nicht tun. Das ist nicht richtig. Okay, sie ist schwanger. Das ist gar nicht gut. Können wir vielleicht... Sie waren wirklich jetzt. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Irgendwie fühlt es sich an wie der gleiche Tag. Schau, ich weiß, das klingt weird. Aber die Tage wiederholen sich selbst. Aha. Ja, schön, dass ihr mir glaubt, ne? Beweisen, dass der Tag wieder von vorne anfängt. Wir können ihr bestimmt sagen, was passiert. Ich versuche es. Ja, gut, lass uns das sehen. Wow, mir. Einen Beweis auswählen. Lass uns das sehen. Ähm. Okay, ich wüsste. An welchen Beweis? Das ist halt die Frage. Wie können wir denn einen Beweis auswählen? Das weiß ich halt nicht. Das Lied. Das Lied. Der Kühlschrank. Das Geschenk. Wir wissen nichts von dem Geschenk eigentlich. Sie hat uns nichts gesagt. Komm, ich will ein Miracle sehen. Das Geschenk. Leute, das Geschenk. Das Geschenk. Willst du mich freuen? Ähm. Ähm. Was noch? Das Klopfen vielleicht. Nee, wir können... Vor der Tür. Nein, mach doch die Tür nicht auf. Ja. Ja. Junge, will die mich verarschen? Vielleicht, warte mal. Was ist es? Was ist mit dem Brief? Ich habe ja... Ich hätte den Brief finden müssen, glaube ich. Vielleicht kann ich den... Die Antifizipation. Hör auf, mich nicht herzunehmen. Das ist scheiße. Da kommt er. Siehst du, da kommt er jetzt. Können wir abschießen? Okay. Ich habe abgeschlossen. Es wird gleich klopfen. Es wird gleich klopfen. Oder war es klingeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Antifizipation. Ey, ich fesse die gleich selber, ne? Ohne Scheiß. Schlaftabletten. Nein, das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch nur gucken. Äh, was soll ich ihr noch beweisen? Couch. Ich... Ich weiß es nicht. Wir haben eigentlich nichts. Also, ich dachte... Ja. Ja. Nein, 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 nein. Die bitten, die Tür nicht aufzumachen. Okay, können wir uns verstecken? Was ist das denn? Telefon. Ja, ich sag's dir doch. Ähm, ähm, ähm. Können wir uns nicht verstecken? Können wir uns nicht irgendwie verstecken? Oder sowas. Andere Themen. Was ist der Grund für einen so besonnenen Abend? Wir sagen, dass er eine gute... Nee. Nichts tanzen. Wir müssen uns verstecken. Wir sagen, dass der Polizist sie des Mordes beschuldigt. Ich habe den Wunsch. Er wird dich verletzen. Was? Mein Vater hatte einen Herzattack. Du bist so verrückt, Mann. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, wie wir irgendwo hingehen können. Ah, das ist doch... Ich kann mich nicht... Wir können uns da nichts verstecken. Wir können gar nichts machen. Ich weiß. Wir haben die Tür nochmal verriegelt. Ich werde nicht... Was hat er noch gesehen, oder nicht? Okay, wir können uns hier drin verstecken. Das ist gut. Nein! Natürlich hat er uns gesehen. Wir müssen da vorher reingehen. Warte, 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 warte. Vielleicht können wir warten. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir uns befreien. Wir müssen warten. Nach den Mordvorwürfen fragen. Oh nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht die beste Entscheidung. Hör auf. Stopp. Nein, 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 nein. Das ist sein Ernst. Please, don't stop. Fuck. Oh my God. God, help. Please. Somebody help. Fuck. Oh fuck, that was brutal. Ja, natürlich ist das kein Kopf. Das ist ja klar. Das wissen wir ja alle. Das ist ja logisch. Aber die Frage... Warte mal, wir haben hier ein Handy. Wir müssen hier irgendwie klar machen, dass wir das schon erlebt haben. Und dafür brauchen wir ein Handy oder was weiß immer. Ich weiß nicht, was das für... Was das ist. Was... Jo, lass uns im Schrank... Nee. Bitte nicht. Okay, warte mal. Wir müssen irgendwie... Irgendwie klar machen. Wir brauchen erstmal das Messer. Weil das brauchen wir auf jeden Fall, um irgendwie zu handeln. Das ist ja wohl logisch. Gib uns das Messer. Perfekt. So, pass auf. Wir müssen... Wir schließen die Tür ab. Und jetzt müssen wir irgendwie irgendwas sagen. Ehefrau. Ähm... Von den Polizisten erzählen. Der Polizist wird uns alle umbringen, Mann. Das ist kein Polizist. Das ist irgendwie ein Auftragskiller. Bitte. Okay, einen Beweis auswählen. Ähm... Let's see. Oh! Your phone. What about it? Yeah. Äh, nothing, I guess. Nein! Okay. Good talk. Let me try something else. Was können wir ihr denn sagen? Wie sollen wir... Wie sollen wir ihr das bewusst machen? Ich hab ein Handy. Ich dachte, ich könnte jetzt da irgendwie reinschauen und dann ihr zeigen wegen der Rechnung oder was sie meintet. Wait, what is it? You know what, forget it. Great. Frau spiel den Köder, lässt dich fest und du versteckst dich mit besser im Schrank und wenn es soweit ist, kannst du von hinten... Ja, das war ja mein Plan, aber wir sind halt zu spät in den Schrank reingegangen. Das Ding ist, wir können ihr das nicht erzählen. Warte, lass uns den Sertzeit hier noch weiter umschauen. Sessel. Können wir uns da reinsetzen oder was? Ja, beste Idee. Fenster. Ja, eine Info, die ich nicht wissen kann, ist ja sowas vielleicht wegen der Stromrechnung oder sowas. Irgendwie sowas. Hey! Ich will doch nicht schlafen! Steh auf! Oh, shit. Ist das? Ja, das ist er. Stopp! Sie nach der Vergangenheit fragen. Das haben wir vorher noch nicht gemacht, ne? Fragen wir, warum sie... Das machen wir gleich im nächsten Versuch, wenn das jetzt nicht klappt, okay? Weil ich glaube, das sind Infos, die sie uns bestimmt noch nie erzählt hat. Und vielleicht können wir sie damit dann quasi irgendwie um den Finger wickeln. Ich weiß es nicht. Ähm... Die sagen, dass der Polizist sie das Mord beschuldigt. Das haben wir alles schon gemacht, ne? Wenn wir wieder gehen... Ich gehe in den Schrank. Ach, die Tür zu! Er hat's wieder gesehen, oder? Scheiße. Ist so krass. Bitte sag mir, dass er uns nicht gesehen hat. Er hat uns nicht gesehen. Wer kommt, helft dir? Meine Freunde. Someone is here. I don't know what you... This is a mistake. Babe, will you tell me? So. This is a misunderstanding. Look, I... I don't know... Nee, das ist zu spät. Da war ja schon in der Tür. Da war ja schon in der Tür. You're making a mistake. This is... You can't do this. Der sucht. Oh, oh. Please, just go. No! Ey, das... Beim nächsten Mal einfach die Wohnung verlassen. Ja, aber wir müssen sie ja erstmal dazu bekommen, dass wir die Wohnung verlassen können. Okay, pass auf. Wir probieren's aber direkt. Der sieht uns halt sofort. Nein, 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 nein. Ah, das sieht er sofort. Nein! Nein! Ja, die Option stand da. Ich weiß, aber sie wird uns dann hundertprozentig sagen, nö, wieso? Ich hab hier alles vorbereitet. Was willst du von mir? Safe. Mach die Tür auf. Wir haben keine Zeit. Wir holen uns das Messer schon mal. So, jetzt ganz schnell. Der Tag wieder von vorne an. Wir fragen sie nach der Vergangenheit. Ähm... Nach der Taschenuhr vielleicht. Okay. Hey. Wie hat dein Vater sterben? Well, das ist ein lustiges Konversation-Toppik. Ich werde dir das erklären. Das hat er... Das hat sie uns anscheinend noch nie erzählt. Ja. Vielleicht können sie... Did you kill your father? I... Excuse me? Uh... No. Fun question, though. Real funny. Aha. Die Taschenuhr beharren. Sure. Pocketwatch. Very valuable. Babe, I have no idea. What you're talking about. Wo hast du die Uhr versteckt? Where did you hide the watch? Will you stop with that? Bitte. I need to know, what you did with the watch. This isn't funny. We're done talking about this. Oh. Pff. Ah. Was machen wir? Ich, ich, ich... Wir haben absolut keine Basis gerade. Wir sagen, dass der Tag wieder von vorne anfängt. Wir müssen... Also, das ist halt das Ding. Hm. Been there. Genauer erklären. Like, I haven't figured out how to all work share. But for example, if I get beat up, I go back to the start of the evening. What? What do you mean beat up? Who's beating you up? Is... He's... Big guy. It's not important. I'm just... I'm not trying to stress you out. I'm just trying to give you an example. Wow. Great choice for example. Sie ist aber auch wirklich nicht hilfreich, ne? Vielleicht erst das mit dem Polizisten, ja. Vielleicht das. In the next couple of minutes, a cop's gonna knock on a door. Is this with all the repeating stuff? Ja. Gehört es. Look, I can't explain right now. Just trust me and don't open the door. What? Just... Please, please don't open it. Okay. I won't. Lass uns die Wohnung gemeinsam verlassen. Siehst du, siehst du, sie glaubt mir nicht. Bitte. Oh Gott, ey. Was mit der Uhr geht nicht. Was machen wir? Also, sie stellt sich ja komplett quer. Also, komplett. Wir wollen nur ihr Leben retten. Ich glaube, die Sache mit dem Schrank, dass wir uns da reinstellen, ist gar nicht mal so schlecht. Aber wann gehen wir raus und greifen ihn halt an? Ich glaube nicht, dass wir da die Chance haben. Nee, das ist alles, das ist alles noch, das ist alles unwichtig. Wir haben... Beweisen, dass der Tag wieder von vorne anfängt. Aber wie? Wir haben ja keine Möglichkeit. Wir brauchen einen Beweis, ja. Aber wo kriegen wir ihn her? Ich meine, ich dachte, das Geschenk oder so wäre ein guter Beweis. Aber sie findet ja jedes Mal Ausreden. Ich will es beweisen. Ja, großartig, lass uns das sehen. Wow, mich. Einen Beweis auswählen. Let's see. Was für ein Beweis. Wir müssen rausfinden, wo diese Uhr versteckt ist, glaube ich. Das Geschenk, aber ich kann es eher nicht sagen. Wait. What is it? Let's see. Das ist halt das, was ich auch hätte so finden können, einfach. Auch vorher schon. Warte, 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 warte. Das ist nicht aufgepackt, äh, ausgepackt. Hier. Ja. Ja. Das versuchen wir dir die ganze Zeit zu erklären. Wir wollen doch nur leben. Was ist denn mit dir? Auf was für eine andere Art und Weise, bitte. Oh. Was sollen wir denn jetzt noch machen? I already told her about the present. Ja, toll. Technically, is this time travel? Wait, what is it? Das mit dem Kopf haben wir ja schon gemacht. You know what, forget it. Great. Wir gehen jetzt einfach hier hin. Ohne Scheiß. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das Dessert. Ja, aber das... Das hat sie, da sagt, da, das hat sie, haben wir schon probiert. Da hat sie ja auch gesagt, dass sie uns das schon gesagt hat. Sie hat uns schon gesagt, dass sie das macht. Was ist mit dem Gemälde hier? Vielleicht die Bilder, ich vielleicht... Was ist das denn? Nichts. Hier ist ein Gemälde von einem Ei. Eventuell das Buch, was sie liest. Oh ja. Wie ist das Buch? Das Buch? Nicht jetzt, okay? Okay, sie hat keinen Bock. Was machen wir jetzt? Das ist halt die Frage. Wir können gleich halt wieder da reingehen. Diesmal hat sie das nicht erwähnt. Doch. 100%. Ich sag's dir. Wenn wir jetzt wieder auf das Dessert eingehen... Ein Beweis auswählen. Jetzt gehen wir zum Kühlschrank. Da. Mit dem Schlüssel hat sie uns das erste erzählt, dass sie... Aber warum... What about the keys? What about it? Yeah. Äh, nee. Nichts. Okay. Nichts. Nichts. Das ist alles... Let's see. Holy. Open up. Is that him? Ja. Das ist er. Oh, is that... Oh. That's him. Isn't it? Ja. Just... Let's take quiet. Maybe... Okay, warte mal. Das hat sie doch nicht gemacht. This can't be... Was machen wir denn jetzt? Können wir uns nicht verstecken oder so? Geht... Geht... Oh, hör doch auf! Police. What is this? I have a warrant for your arrest. I can't... On the ground. Now. Don't move. Oh, das ist, glaube ich, gut. Jetzt geht's ja... Jetzt geht er nämlich zu der Tür. Er geht zu der Tür. Vielleicht jetzt. Ja, ja. Komm schon. Komm schon, Baby. Bitte. Bitte, 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 bitte. Enough. Nein, er hat's gesehen. Fuck! Handy ist gerade bei der nächsten Runde eventuell, ja. Okay, alles klar. Das geht nicht. Wir sind auf jeden Fall sowas in der Timeschleife und, äh... Wie kriegen wir sie dazu, dass sie uns sagt, wo die Uhr ist? Das ist ganz wichtig, ja. Ich hab dafür keine Zeit... Okay. Rude. Vielleicht müssen wir wirklich mit dem Handy irgendwie was filmen, dass... Wo... 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 Wo man sieht, dass er uns umbringt, oder so? Der Licht auslassen war auch schon mein Gedanke, tatsächlich, aber... Da ist nichts drin. Da ist gar nichts drin. Da... Da ist nichts drin. Da können wir auf jeden Fall was reinmachen, aber... Was? Das ist halt die Frage. Was sollen wir da reinmachen? Reinleuchten. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur wirklich ein Space, wo man quasi irgendwas verstecken kann, denke ich mal. Ich glaube, wir können's probieren, aber... Da ist Licht drin. Aber warum? Das Handy für die Aufnahme! Chat, ihr seid die Besten! Natürlich! Wo ist das Handy? Los! Das Handy kommt da rein. 100 Prozent. Logisch. Und damit können wir ihr das zeigen. Letztlich... Hör doch mal auf, die ganze Zeit diese Tür aufzumachen. Was ist denn mit dir? Wird die Aufnahme nicht auch gesättet? Das werden wir jetzt sehen. Keine Ahnung. Aber... Hä? Warum... Warum sollten wir das da reinlegen? Wir können mit dem Handy halt nichts machen. Boah, das ist... Das ist tricky. Lass mal liegen. Wir lassen das mal liegen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Sache. Aber ich wüsste jetzt nicht, was das machen soll. Weil... Im Endeffekt... Können wir das Gitter jetzt dazu ballern? Ich glaube nicht, oder? Insillator-Gitter nehmen wir auf. Ne, wir können... Wir können das nicht mal mehr zumachen. Ei, 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 warte mal. Let's talk later. Boah, das ist so wenig Zeit eigentlich, wenn man so viele Schritte machen muss, ne? Wir nehmen das Geschenk. Ja, ich glaube, die Beweise sind eher erstmal... So, pass auf. Erstmal der Tag von vorne. Ja. So. Zack. Den Beweis auswählen. Bam. Hier. Du hast ein Geschenk gekauft. Reicht jetzt wirklich... Mit dem Fenster. Vielleicht ist das ein guter Tipp. Das reicht nicht. Das ist alles zu schwach. Es ist alles zu schwach. If you can prove it, I mean, it'd be kind of cool. Wait. What is it? Ah. Mit dem Donner? Ach, wir haben... Ach so, weil wir... Ach, stimmt, weil es schon passiert ist, ne? Let's see. If you can prove it, I mean, it'd be kind of cool. Oh, your phone. What about it? Yeah. Äh, nothing, I guess. Das ist alles zu... Das ist zu schwach. Das ist zu schwach. Let me try something else. Let's see. Ich will natürlich das mit dem Polizisten sagen. Wait. What is it? Oh. Great. Then in the next couple of minutes, a cop is gonna knock on the door. Is this with all the repeating stuff? Ja, das ist richtig. Könntest du die Wohnung verlassen? Can you... How about you leave the apartment? Are you kidding? I did all this stuff for us tonight. He's gonna hurt us. We gotta go. Just me. Wait. Is that... Him? Ja. Jetzt hab ich ihr das Handy gegeben. Vielleicht können wir das Handy irgendwie... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hab ein Geschenk für Sie. Können Sie bitte wieder gehen? Einfach so. Bitte. Ja, ich glaub wir sind jetzt da relativ machtlos gerade, oder? Babe, will you tell me? Das ist ein Misunderstand. You're under arrest for your father's murder eight years ago. No, no, no. That can't be right. Babe? Will you tell me? Uh-uh. Das ist ein Misunderstand. You don't get to talk right now. No, no, no. That can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? Achso, okay, wir müssen die Schnauze halten, alles klar. Okay. Mit dem ersten, die Fesseln aufschneiden haben wir schon gemacht, weil dann kommt er schon zu uns. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt zu ihr. Ne, mach die Tür auf. Nein, 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 wir haben noch keine Zeit. Okay. Okay. I'm living the same evening over and over. Hm, been there. I'll prove it. Yeah, great, let's see it, wow me. Let's see. In a few seconds we're gonna hear thunder. Hm, the forecast is clear? Yeah, I know. Wait and see. Donner fängt gleich an. Es muss gleich anfangen zu donnern. Warte. 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 Jetzt fängt doch an zu regnen. Ich hoffe, du bist richtig. Ich werde recht haben. Es fängt gleich an. Nein, ich warte, warte vor den thunder, erst. Okay. Warte, ein thunder. Oh, thunder. Wow. Das war schweig. Wie sah sie das? Siehst du? Ich bin in einem Zeitlub. Glaubst du mich jetzt? Ich meine, es war definitiv so. Bitte. Ich brauche ein bisschen mehr als das, um die ganze Geschichte zu spüren. Leute, die müssen mich verarschen. Geschenk. Ja. Nein. Warte. Wir müssen reden. Sie glaubt uns. Sie glaubt uns. Die ist verwirrt. Die ist verwirrt. Mach die Tür nicht auf. Können wir vielleicht fragen, wegen der Uhr? Fragen, wie ihr Vater gestorben ist. Warum kommen wir direkt so aggressiv? Das macht gar keinen Sinn. Sie glaubt mir doch. Und warum sollte sie mir davon nicht erzählen? Das ist doch Schwachsinn. Vielleicht gibt es die Uhr auch gar nicht. Guck mal, das ist einfach genau das Gleiche. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass ich ihr das gerade gesehen habt. Das ist halt Quatsch. Wir können... Was machen wir jetzt? Wir können jetzt... Von den Fragen her können wir nichts herausfinden. Nichts. Wir könnten halt probieren. Äh... Aber was machen wir denn jetzt? Können wir vielleicht mit... Können wir vielleicht das Handy ihr geben jetzt? Richtig. Sollen wir ihr jetzt das... Ich schließe die Tür ab. Ja, wie sie immer noch darüber Witze macht, ne? Ja, aber wir können die Wohnung nicht verlassen. Das geht ja nicht. Kann ich nicht mehr auswählen. Geht nicht. Das ist einfach weg. Das ist einfach ein Scam gewesen. Vielleicht das Handy. Oder vielleicht sollen wir ihr das Messer geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir ihr das Messer geben. Ich komme mir zurück von diesem. Wenn ich das mache... Ich weiß... Hey, du sollst dich doch nicht umbringen! Du sollst dir das Messer geben, du Arsch! Och, Junge, der ist so ein Holzkopf. Hier ist das. Oh, danke. Ich wusste, woher das ausging. Wieso kann sie denn nicht einfach das Messer neben sich im Schrank verstecken? Oh, shit. Kann sie aber auch nicht warnen, ne? Wenn du nichts sagst, lässt er dich vielleicht am Leben. Ja, das können wir vielleicht... Können wir vielleicht... Probieren. Sollen wir trotzdem den Luftschacht aufschließen? Will die mich gerade verarschen? Will die mich gerade verarschen? Will die mich gerade verarschen? Halt! Willst du mich verarschen? Hey! Warum musst du jetzt packen, wenn wir alle sterben werden? Will die mich gerade verarschen? Ich habe eine Warrant. Öpne auf! Will die mich gerade verarschen? Öpne die Tür jetzt oder ich werde es runterziehen! Oh mein Gott, ich... Ich raste aus. You wanna quit doing that? You want to quit doing that? Ich. Es reicht. Sie ist komplett im Modus! Ich bin mit dem Polis. Turn around, please. What? Me? Ja, du. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Stop. Stop. Ich komme mit dir. Help me. Will you come help me? Will who come help you? Nein, jetzt haben wir verkackt, oder? Ja, in die Dusche. Hätten wir gehen können. Nein, ich habe die Tür aufgemacht. Ich war ein Idiot. Jetzt haben wir es verkackt. Nein. Tschüss. Ich bin... Nein, nein, nein. Tür abschließen können wir auch, ja. Wir hören jetzt einfach mal. Wir hören jetzt einfach mal. Scheiße. Ich bin jetzt einfach ruhig. Ich glaube, dass er mich gleich als Druckmittel benutzen wird. Wie sie mich reinzieht! Sie hat halt wirklich keine Uhr, ne? Jetzt wird er unser Druckmittel benutzen. Siehst du, das... Das wird immer passieren. Sie weiß nichts von einer Uhr. Ich glaube, sie hat auch keine Uhr. Das kann nicht wahr sein. Die will mich verarschen. Die will mich verarschen. Wo ist die Uhr? Deinem Ich weiß, es ist die Tür. Es wird erster geschützt. Mein Vater! Bitte! Du musst dich denken, Sie haben jemand anderen. Ah! Kein Platz! Kein Platz! Kein Platz! The Druid. I'm not lying. I just said no more games. Vergabe everything, all of it. Things like this just don't get forgiven.